Die Dahle 505 ist nicht nur als Allround-Schneidemaschine mit zusätzlichem Wellenschnitt, Bütenschnitt, Perforation und Falzung konzipiert. Sie ist auch eine vollwertige Dahle-Schneidemaschine für gerade Schnitte bis 0,8 mm Materialdicke. Zu den typischen Dahle-Qualitätsmerkmalen gehört vor allem das Prinzip, den geraden Schnitt immer mit einem rotierenden Rundmesser am Untermesser auszuführen, um Präzision und lange Standzeit der Messer zu gewährleisten. Für die millimetergenaue Platzierung des geraden Schnitts gibt es das äußere Lineal. Für Perforation, Falz- und Wellenschnitte muss auf der Schneidmatte 3 cm rechts vom Untermesser geschnitten werden. Dies geschieht durch Entriegeln und Hochziehen des Rollmesserhalters. Dann wird die Kassette mit der gewünschten Messervariante eingelegt und die Messerkopfabdeckung wieder aufgesteckt. Auch hier wird an einem Lineal mit Millimeter-Einteilung angelegt. Dazu dient das innere Lineal. Ein Schnittkantenanzeiger erlaubt die exakte Positionierung der Dekorschnitte. Für die Rückstellung auf gerade Schnitte wird einfach die Messerkassette entnommen, der Messerhalter entriegelt und wieder nach unten gedrückt.